Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Wir sind immer noch in der fünften Arsche. Ich bin mal gespannt, wie viele Partizidon Getrenne verbringen werden. Ich habe keine Ahnung, wir sind bestimmt jetzt schon gefühlte 800 Partizier. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben auf jeden Fall Gegner. Guten Tag. Sieht wieder aus wie Stickini-Kacke hier. Das weiß gerade der nächste. Da waren aber gerade drei. Oder bin ich jetzt gerade total doof? Oder habe ich jetzt gerade irgendwann verpasst? Da waren doch gerade drei Gegner. Wollte mich blöd verkaufen oder was? Oh, wie wäre es, wenn du mal mich heilst hier? Ich bin nicht mehr so gut dran. Falls ein Stickini weg ist, sollte... Jo! Hauptsache die töten Fasten Hope kurz mal instant. Ja, nee, ist klar. Ich hoffe, ich habe keinen Bock, dich wiederzubeleben. Das ist dir schon klar. Ich wollte gerade schon sagen, wie, der ist der tot? Das hätt ich aber für ein Gerücht. Oh, Hope. Ich weiß, was ich vergessen habe. Crosarium. Ja, fällt mir gerade mal so ein. Egal, kann man ja nach dem Pappen machen. Kriegen wir nochmal ein paar Punkte extra hier. Komm, jetzt töte den. Dann ist doch alles gut. So, Schock. Fang, hau drauf. Oh, Fang. Dankeschön. So, jetzt können wir das da machen. Da waren doch drei... Guck, da ist... Das müsste jetzt noch einer stehen. Zeig doch. Aber nein. Ihr habt wahrscheinlich gedacht, du bist du blöd. Statt nur keine drei Gegner. Natürlich steht da drei Gegner. Ihr Lappen. Das geht einfach gerade aus. Oh, mein Gott. Okay. Crystereum. Hey. Fahara. Wie nur 1000 Punkte. Teil ich aber für ein Gerücht. 1000 Punkte ist das? Oh ja, jetzt ist es im Ernst. Ich habe doch mehr als 1000 Punkte gesammelt. Das ist doch jetzt nicht im Ernst. Okay, ich mache jetzt gerade mal nur Hope und so. Der Rest kam mir mal am Arsch. Ja. Immerhin kriegt der Hope mal bloß 20. 20 Magie. Das ist aber jetzt ein Stickini. Ich habe sogar Präventivschlag. Da würde ich sogar erst auf die Skaternese gehen. Die sind mir gerade sogar mal wischtiger. Ah, ne, schaffe ich nicht mehr. Dann gehen wir auf den Schock, Skaternese. Dann gehen wir auf jeden Fall auf den. Fang, komm, ich will den noch down haben, bevor sein Schock zu Ende geht, ne? Das ist dir schon klar. Kriegen wir sogar nicht hin. Fang! Mein Gott. Hauptsache, wir haben noch Verteidigung und da. Ist okay. So, jetzt gehe ich aber erstmal auf den... Nein, nicht auf den... Auf den Stickini! Jung! Lightning! What the... Wie viel Schaden hat er mir gerade bitte gemacht? Was soll ich aber für ein Gerücht? Geh auf den Scheiß Stickini. Sonst werde ich hier noch aggro. Hauptsache, der Hopp ist tot. Wir sind zu blöd, um den Kampf hier zu machen, Leute. Wisst ihr das? Der Stickini hat Schock. Ja, super. Hilft mir sehr, sehr, sehr viel. Und mit sehr, sehr viel meine ich gar nicht. So, danke. Der Stickini ist down. So, nur noch der Skaternese und dann ist doch alles gut. Leute, was ist denn los mit euch? Hauptsache, ich spam mir wieder die X-Taste, aber das hat er ja gewohnt von mir. Jetzt war es bei Final Fantasy immer so. Egal welches. Nee, bei Final Fantasy XII konntest du das nicht machen. Stimmt. Bei Final Fantasy XII tust du sogar nicht die X-Taste drücken. Stimmt, ich erinnere mich. War sonst immer durchgespamt. So, fünf Sterne, ein Großknochen. Ja, dafür, dass einer mal gestorben ist, ist das ja ganz okay. Ich sehe zwei Stickinis. Drei, nee, ich wollte gerade schon sagen, da musst du ja auch bestimmt ein Skaternese noch bei sein. So, diesmal geben wir jetzt erst auf die Stickinis anstelle auf den Skaternese. Mein Kopf, juckt einfach nur, ey. Was ist denn los? Hauptsache, die Stickinis haben jetzt schon einen Schock. Läuft bei denen. Hauptsache, Hope ist gleich wieder tot. Läuft auch bei denen. Aber Hope hat schon wieder alles unter Kontrolle. Abgesehen davon, dass ich gleich tot bin. Hope mal mehr Heilung auf mich. Ich glaube, das wird mir in der Tür hat bringen. Ich habe auch noch Verteidigung runter, wie du gemerkt hast. Jo. Siehst du, Hope? Ich habe es dir ja gesagt, aber du wolltest dann hören. Hope. Hope, Heil mich. Das wird mir nicht helfen. Das wird mir nicht lange helfen. Danke. Ich meine schon mal etwas. Was sind die Gegner denn jetzt auf einmal so schwer? Ja, die kriegen hier. Ich kriege ja gerade ein bisschen Probleme mit denen. Kann auch hier sein. Jo. Tot. Sehr, sehr gut. Fang. Sehr, sehr gut gemacht. Ein Knochen, ein Stück. Ist okay. Okay. So. Jetzt hätte ich den Speicherpunkt. Ach, göttlich. Jetzt komm, gib mir nochmal einen Schatz. Sei mich glücklich. Ja, das ist der. Ich habe es doch gewusst. Bitte was Gutes. Das ist eine Phönix-Feder sein. Und Tierknochen. Ja, okay. Nehme ich auch. Was auch immer das ist. Was kommt denn jetzt noch? Da hinten ist ein Speicherpunkt. Das heißt, jetzt kommt hier bestimmt irgendwann ein Großes. Ihr wollt doch jetzt nicht, dass ich ein 2 auf einmal schlage, oder? Nein, das wollt ihr jetzt nicht. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Nein, 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 nein. Nein. Was zur Hölle? Oh, da muss ich einen nach dem anderen. Oh, danke, einen nach dem... Boah. Ich dachte schon beide gleichzeitig. Oh, da wäre er aber vorbei gewesen. Da hätte ich nur echt gut gemacht. Ho, ho, ho. Ich komme hier mit einem alleine schon fast gar nicht zurecht. Ich weiß zwar jetzt, dass ich die Schwerter töten kann. Und das werde ich auch jetzt gleich machen. Aber der ist doch krank. Was siehst du, da ist das Schwert schon. Da können wir direkt mal auf das Schwert gehen. Das Schwert hat auch wenig Schleben. Das ist sehr gut. Geiles, Holger, wir kümmern uns um das Schwert. So. Das hat schon über die Hälfte weg. Also das Schwert hat wirklich nicht viel Leben. Voll korrekt. Jo, Schwert down. Berserker ist next. So, das kann jetzt wieder lang dauern, weil der hat nämlich viel Leben. Und eine sehr gute Verteidigung. Ich will hier kurz mal... Ich will hier mal an das Hinsetzen. Jo. Jo. Okay. Schneidersitz. Jawohl, das geht schon. Das geht schon. Jetzt hat er hier wieder so ein Schneidschubschild. Hilft dir aber nicht vor. Schock. Gleich hast du nämlich Schock. Aber wir wollen mal gucken, was du noch kannst. Und Schock. Ja, jetzt. Okay. Der hat sich doch noch... Wie? Der hat sich ein neues Schwert geholt. Das hätte ich aber jetzt für ein Gerücht. Das hat er das letzte Mal auch nicht gemacht. Spaten, ey. So ein Spaten. Wir gehen natürlich jetzt erst mal so lange, solange der Schock hat auf dem Bärzeig. Das ist ja logisch. Das heißt, das kann noch länger dauern. Ja, ist das nicht schön. Hau, ich werde mal mit heilen. Du bist gleich tot. Ich halte dich verliebt. Ich nette nochmal, ne? Das kann ich mir jetzt schon sagen. Da kannst du mich mal am Arsch nehmen. So, jetzt können wir gerne auf das Schwert gehen. Jetzt können wir sehr gerne auf das Schwert gehen. What the fuck? Die Attack hat er ja noch nie gemacht. What the fuck? Fällt uns gleich tot? What the fuck? Wir sind alle gleich tot. Holy macaroni. Das Schwert soll mal schnell dauern gehen, aber. Sowas von. Ja, super. Dankeschön. Das Schwert hat noch einen Fitzelbalken. Danke. So, Berserker. You again. Wir haben die immerhin schon mal über die Hälfte an Leben abgezogen. Und danach kommt noch ein Berserker. Und danach kommt der Speicherpunkt. Dann könnte ich den Part beenden. Aber das könnte sogar eine gute Länge von einem Part werden. Aber wenn ich mal ziemlich begeistert bin, weil Final Fantasy hat ich schon mal lobenswert. Wenn der Bart net entweder über 20 Minuten geht oder unter 10. Ach, Göttlich. Göttlich, Göttlich, Göttlich. So, du hast jetzt gleich wieder Schock und dann bist du auch weg. Und zwar jetzt. Wie, du holst hier ein neues Schwert, dann raste ich aber hier aus. Dann stecke ich dir das Schwert in den Arsch. Und dann will ich mal gucken, was du dann noch machst. Ja, hast du mich schon verstanden. What the fuck? Ist ein Vogel vor meinem Fenster, oder was? Das hat sich gerade angehört, als wäre hier gerade ein Vogel. Keine Ahnung. Das ist schon nicht schlimm. Das ist schon nicht schlimm. Nee. Gut. So, tot. Läuft. Null Sterne, danke für nichts. Hey, noch einer. Hey. Ja, dann können wir speichern. Endlich. Ach, nö, warte mal. Wenn ich jetzt hier speichere, dann den Part beende. Also, immer wenn ich einen Part beende, nehme ich ja das nächste Spiel auf. Ich nehme ja nie zwei Parts direkt ineinander von seinem Spiel auf. Wenn man ein Spiel beendet, nachdem man gespeichert hat, und es dann wieder neu macht, dann sind die ganzen Gegner doch wieder da. Da muss ich dann wieder gegen den kämpfen. Hoffentlich nicht. Nee. So, die Klinge muss down. Fang, das machst du nicht. Oh, Fang, ja, hau erst mal daneben. Ja, genau, Fang. Ey, was kannst du eigentlich? Ganz ehrlich. Ja, schon wieder. Ja, schon wieder. Ein fitzelweiten. Danke für nichts. Ganz ehrlich. Das ist doch nicht wahr. So, wer ist der Kerl. Ich habe deinen Bruderleiten schon getötet, jetzt bringe ich dir doch auch um. Ja, komm, nimm zu mir. So, mit 35%. Mach du ruhig dein Schutzschild. Das schützt dich vorne, aber am Arsch schützt dich das nicht. Gibt überhaupt gar keinen Sinn. Ich könnte dir das Schwert in den Arsch pieksen, dann würde dir das Schutzschild am Arsch vorbeigehen. Ja, das ist doch jetzt Sinn. Weiß ja nicht. Fangen wir schnell hier nachsetzen, bevor er hier wieder sein scheiß Kackschwert holt. Danke. Zack, 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 zack. Gucken, ob wir den über die Elfte an Leben abziehen können. Sieht irgendwie nicht danach aus. Ja, super Lightning, hau daneben. Ist okay. Leben abziehen beim Gegner ist überbewertet. Also, pff. Nee, die lassen wir am Leben. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich meine die Elfte. Ist okay. Kann ich mit leben. So, jetzt müssen wir den wieder in Schock bringen, Fang. Du musst mir bei helfen, weil du bist ja der Brecher. Brecher verlangsamt den Schock walten. Nein, der hat sich ein Schwert geholt. Nein. Oh, der ist aber gleich wieder in Schock. Heißt, was? Da scheiße ich jetzt mal auf das Schwert. Wenn der gleich wieder in Schock ist, da scheiße ich auf das Schwert. Wie gesagt, ich stecke dir das Schwert in den Arsch. Wenn du Schutzschild machst. Ah, pff. Oh, scheiße. Jetzt hau das Schwert aber ordentlich rein. So, Schock. So. Jetzt weiß ich, dass das Schwert nicht welcher angreifen soll. Ah, doch nicht. Okay. Danke für nichts. Ah. Ja, genau. Das Schwert war automatisch auch down, sobald der Bärsegler down ist. Also, das musste man nicht nochmal extra töten. Ja, ja. Ja, komm, den kriegen wir jetzt auf jeden Fall. Den kriegen wir jetzt nicht. Der ist noch nicht down, guter Mach-Ischert halt. Oder der Aufprall macht das. So, wieder keine. Da kommt das doch jetzt viel besser. Ja, ein Transformator. Super. So, bevor ich abspeichern, abspeichern gehe, wollte ich eigentlich sagen. Guck ich hier. Ob hier nicht noch ein Chat-Sign ist. Mein Chat-Sign. Das sah ich aber nicht so aus. Nee. Gut, dann gehen wir abspeichern. Du willst mir anscheinend durch... What the fuck ist dahinter? Okay. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja im nächsten Mal wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Ich sage es da. Hintz, tschüss. Ich sage es. Vielen Dank.